Wir sind heute in Groß St. Florian und schauen uns das Steirische Feuerwehrmuseum an. Einen Platz, den wir ohne die Steiermark garantiert nicht gefunden hätten. Wir sind hier ungefähr 20 Minuten südlich von Graz. Kommt mit rein und wir schauen, ob es den Kindern Spaß macht. Wir haben uns die Steiermark-Karte geholt und gedacht, warum nicht einfach alles ausprobieren? 172 einzigartige steirische Erlebnisse warten auf uns und unsere sechsköpfige Familie mit Kindern zwischen 6 und 15 Jahren hat sich vorgenommen, alle Aktivitäten zu erleben. Kommt mit, wenn wir gemeinsam das Beste der Steiermark entdecken. Ich glaube, in den darf man sich reinsetzen. Das Museum hat von März bis Oktober geöffnet. Von Dienstag bis Sonntag jeweils 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 7 Euro und Kinder 5,50 Euro. Das heißt, wir haben in Summe mit der Steiermark-Karte 36 Euro gespart. Im Erdgeschoss sind immer wechselnde Ausstellungen. Jetzt ist gerade eine Kunstausstellung und im ersten Stock, wo wir jetzt sind, da ist das Verlager-Museum. Hier gibt es eine interaktive Ausstellung, wo man mit Handschuhen die Kunstwerke auch berühren darf. Okay, wir sind da im Feuerwehrmuseum. Es hat uns allen super großen Spaß gemacht. Wir geben Ihnen fünf Sterne dafür, wie interaktiv die Ausstellung gestaltet ist. Es gibt in jedem Raum Dinge auch zum Anfassen. Also es ist für Kinder, jede Altersgruppe perfekt geeignet. Also für Kleinst und für Größte haben alle Spaß gehabt. Fünf Sterne davon, wie schön und liebevoll alles gestaltet ist. Es ist wirklich ein wunderschön gestaltetes Museum. Der Raum ist sehr, sehr schön, hell, offen. Fünf Sterne dafür, auch natürlich für die Sammlung an Feuerwehrautos. Gerade wenn ihr Kinder habt, die in ihrer Feuerwehrphase sind, ist das ein absolutes Muss. Und ihr seht, wie viel Spaß die Kinder haben hier im Hintergrund. Wenn ihr wollt, dass wir weitermachen und die 142 voll machen dieses Jahr, abonniert unseren Kanal. Das zeigt uns, dass ihr einfach mitfiebert und sehen wollt, wo es uns noch hinverschlägt, in diesen wunderschönen Steiermark. Und gebt seinen dicken Daumen hoch, wenn ihr genauso stolz seid, wie wir hier auf diesen wunderschönen Steiermark und auf die tollen Aktivitäten, die sie für uns bietet.